okay erst mal so ein bisschen das wasser kann ich da mal ein bisschen zu bauen ja kannst damit wir da nicht überrascht werden da war ein peeper ist er jetzt weg das ist weg ja auf jeden fall habe ich die bergbänke wieder hingestellt kommt denn her ist einfach nie gefolgt oder was die hülle ist groß die hülle ist ja groß hallo kippe ich habe mit der schaufel kein schaden bekommen das ist gut okay ich glaube unsere halbinsel hier die wird einmal komplett von einem minensystem durchzogen okay oh wo 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 der hat mich fast runter geschossen irgendwo war es glät ist an dir vorbei da drüben ist das skelett mach es mal tot ne ich brauche hier mal kurz zu weil da ist ein mordsspalt da unten oder so also hier ist ein spalt hier ach das schließt von drüben where am ich denn den übersehen da ist sie konstant hat sie hinzu gebaut damit ja ja auch noch hochkommen Okay, hier, ich wollte eigentlich mal unser Fleisch braten, ach jetzt habe ich keine Kohle mehr. Hast du noch Kohle? Ja, genügend. Ja, ich hole mir gerade auch Kohle. Ich esse mal kurz noch was. Was hast du gegessen? Ein Apfel. Okay, aber kein rohes Fleisch essen, das sollten wir erst braten. Ja, ich weiß. Vom Hühnchenfleisch kannst du ja vergiftet werden. Bist du bei mir? Ich bin hinter dir, ja. Hast du, willst du? Ich habe Kohle, ist okay. Okay. Ich brate uns gerade mal Rinderfleisch. Ich habe noch Hühnchen mehr. Ja, das habe ich auch noch. Kannst du mir dann gleich hinwerfen oder kannst du gleich in den Ofen machen. In den unteren von den beiden. Was ist denn du da alles bei dir drinnen? Uiuiui. Was? Voll viel Rohstoffe. Wo? Hast du dort gefunden? Ja. Ja, das ist auch gut. Du machst hier das. Du machst hier die Bösen weg und ich baue das ab dann. Oh ja, ich sollte mal was essen. Ich renne gerade auf. Warum nicht rennen? Kann ich eh nicht, ja. Ich mache die Bösen weg, ja. Die Bösen machen sich alle selber weg. Ich mache schon mal mein Hühnchen rein, okay? Ja, ich packe meins dazu. Ich habe auch fünf. Genau, und unten drinne dann nicht die Steaks und du nimmst die Hühnchen, okay? Ich habe nur ein Hühnchen. Achso. Oben sind ja jetzt sechs drinne. Kannst du ja danach alle rausnehmen. Aber erst die gebratenen. Ich habe auch noch Algen, ja. Was gebrannt werden muss. Ja, kannst du den unteren Ofen reinmachen. Bist du schon fertig? Ja. 14 habe ich. Gut. Kommst du denn gerade mit? Okay. Und zwar, ähm... Ja, komm mit rein. Bist du schon gerade aus? Ja, und jetzt hier links. Hier gibt es noch überall Rohstoffe. Und hier ist auch alles sicher. Ja, sicher. Ja. Da hinten ist aber dunkel. Wo? Da. Hast du da zugebaut. Ja, da darfst du nicht rein. Nicht rechts, links. Hinter dir. Hinter dir. Klopapier. Eine Rolle schenke ich dir. Ja, aber das ist doch Eisen. Ja, da gehen wir nachher hinter. Da ist eine Spalte unten drunter. Da geht es ziemlich tief runter. Dann sterben wir wenigstens beide, oder wie? Ne, das sollten wir dann mal in einer anderen Nacht machen. Wenn wir da Lust dazu haben. Soll ich da die Kohle weitermachen? Das ist dann richtig Minenerforschung. Äh, ja, ja. Genau. Die Kohle. Und dann würde ich auch sagen, wenn wir hier hinten alle Rohstoffe geholt haben, dass wir dann mal nochmal einen Klick auf das Tageslicht erhaschen. Oh, langsam möchte ich ein, ein, ein richtiges Haus haben. Oh nein, ich habe keines mehr. Was? Keine Spitzhacke mehr? Ja, hast du mir gerade noch eine. Ich mach, ich mach sie auch gleich wieder zurück. Äh, ich hab nur noch eine Holzspitzhacke. Die brauche ich gleich selber. Mach dir noch eine, komm. Mach die jetzt wieder zurück. Oh, hier hinten dran sind Zombies. So, ich muss was trinken hier. Oh, hier, die Kohle meinst du? Ja, ich kann die auch kurz abbauen, die Kohle. Ne, das mache ich jetzt. Ne, ist schon, ah. Was hast du jetzt? Jetzt auch schon. Ja, jetzt habe ich die Kohle schon abgebaut. Super. Entschuldigung. Oh, hier ist noch viel mehr. Oh je. Du kannst ja dir mal vorsichtig die paar Eisen da vorne abbauen. Zumindest die vorderen zwei. Die hinteren lässt du mal noch hängen. Weißt du, vor diesem Spalt. Ja. Ist da nicht noch, sind da zwei dazwischen? Ja, da kommt nochmal ein Eisen. Ja, genau. Da hinten dran ist heute nochmal ein Eisen. Ja, es sind sogar vier noch. Ja, da hinten dran ist halt der... Ah doch, das können wir noch abbauen. Aber gegenüber steht halt... Boah, achso, du warst das. Gegenüber steht halt ein Slatman. Willst du dir den mal anschauen? Der steht auf der anderen Seite. Ne. Siehst du ihn? Ah, baust du es gerade zu? Ne, ja, genau. So, dass man da nicht von drüft liegen kann. Gut, ähm, Eisen noch in den Ofen und dann schauen wir mal raus. Ich schaue schon mal hoch. Ist der schon hell? Ne, noch nicht. Ich schaue mal kurz. Oh. Was? Direkt ein Skelette vor der Tür. Oh, sogar zwei. Ui. Ui, ich sterbe. Ui, ich sterbe. Echt? Ich komm wieder rein. Mach's zu. Hast du? Geeper, weg, 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 weg. Geeper, weg, 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 weg. Lauf. Oh. Okay, ich lebe noch. Lebst du auch noch? Ja, aber ich habe Schaden bekommen. Ich muss was essen. Hast du noch was zu essen? Ne, ich habe gerade gar nichts. Ja, komm her. Ich habe noch zwei Stakes. Hinter dir, hinter dir. Oh, mein Fehler. Ich habe die nicht. Wo? Ah, da. Weil man hat den Ofen in die Luft gejagt, aber... Echt? Den sollten wir eigentlich wieder haben. Echt? Oder ist er kaputt gegangen? Ja, und unser Ding ist auch weg. Das Eisen hab ich aufgesammelt, ist okay. Ja, und unsere Werkzeugbank ist auch weg. Und was, unsere Werkzeug? Bank, oder hast du die aufgesammelt? Nee, die hab ich auch. Vielleicht liegt die hier oben noch, ich schau mal kurz. Nee, die ist komplett kaputt gegangen. Ja, dann nehmen wir den Ofen jetzt auch mit, oder? Oder? Ich baue ihn mit. Du musst ihn mit der Spitzsack abbauen, dann geht's schneller. Warte. Ja, ich hole noch kurz. Zeig raus, dass dort ist. Ja, das fliegt notfalls auch runter. Gut, ähm... Achso, die Höhle sollten wir noch ein bisschen behalten für's... für den Spalt dann. Mit was soll ich sie abbauen? Mit einer Spitzsack. Achso, okay. Da ist ja auch ein Stein. Da steht das Klett vor der Tür. Machst du das gerade? Ja, das Spindersklett mach ich grad kaputt. Okay. Fertig. Ja, aber es ist noch dunkel, also von dem noch nicht unbedingt rausgehen. Oh ja, hallo Kuh. Du hast es nicht beschützt, nee. Wieso denn nicht? Ja, kann ich rauskommen, oder nicht? Ja, es wird grad langsam hell, aber es sollte noch böse da sein. Ja, da vorne ist auch noch ein Stilett und da ist eine Spinne. Ich wär's jetzt sinnvoll, wenn wir, ähm, uns jetzt mal eine Hütte oder sowas bauen. Die Sonne geht grad auf, aber noch sind Monster da. Okay, jetzt verbrennen die Monster langsam. Jetzt kannst du halt langsam raus. Die Creeper könnten auch noch irgendwo sein. Die Creeper sind halt länger dort. Und die Spinnen sollten jetzt nicht mehr böse sein. Ja, also ich kann rauskommen. Ja. Wo bist du denn? Ah, da. Ich bin direkt bei dir. Okay, ähm. Wolltest du einen Wegpunkt hinzufügen? Ja, das finden wir auch, das ist okay. Okay. Das ist ja direkt hier. Hast du die Kuh schon erledigt? Ich, ähm, mach ja dann einen Verklären. Ja, wo bist du denn jetzt hin eigentlich? Ach, du bist da. Na, sollen wir die Kuh kaputt machen? Ja, okay. Ah, ah. Warum darfst du jetzt? Nee, du hättest dich auch kaputt machen. Oh. Weil ich ins Loch fall, deswegen. Sollen wir uns jetzt mal da irgendwo mal eine Hütte hinbauen? Ja. Wäre ich ja dafür. Aber wir haben ja genug Holz überhaupt dafür. Ich hab, äh, noch 50 normales Holz. Damit kann man dann 50 mal 400, 200 Holzbretter machen. Okay. Also wir hatten... Bist du denn jetzt, bist du den Berg hoch gegangen? Sollen wir uns da hinten dann auf der vordersten Langzunge... Wo bist du denn jetzt hin? Ich bin auf dem Berg hoch. Hoch. Ja, halt außenrum gehüpft. Ich seh dich. Ah, du kommst auch hier hoch gehüpft. Hi. Ja. War da. Jetzt ist halt die Frage... Da hinten ist sogar noch ein Tempel. Was ist denn das für ein krasses Gebiet? Siehst du den Tempel da hinten? Du kannst mit STRG zoomen. Jaja, ich seh ihn. Ja, dann gehen wir da als nächstes hin. Da sind noch, äh, Truhen drin. Ja, jetzt ist die Frage. Sollen wir uns hier irgendwie an das Dorf mit anschließen? Oder wo sollen wir uns eine Hütte hinbauen? Hm, die würde eher in die andere Richtung gehen. Also, Idee wäre ja eh, dass wir hier alles zubauen, oder? Irgendwie hier. Da ist noch eine Insel, eine kleine. Aha. Wir können auch anfangen hier jetzt mal. Obwohl, ich glaube, jetzt ein Stückchen noch in... Ich weiß auch nicht. Also, mir ist es egal. Wo wir noch ein Stückchen in die Richtung laufen, oder? In welche Richtung? Aber, ne, komm, wir machen das auch aus jetzt hier hin. Hier, direkt hier hin? Ja. Und dann unten drunter ist dann die Höhle mit dem Spalt. Ja. Oder? Ja, dann bauen wir es... Warte, dann bauen wir es hier vorne hin. Hier, dann können wir es hier so erhöht. Und hier ist direkt die Höhle unten drunter. Können wir dann hier runter bauen, eine kleine Treppe. Ja. Und hier haben wir so einen Blick aufs Dorf und auf den Tempel. Ja, machen wir so. Warte, soll ich hier noch kurz eine Ebene machen, hier? Wie eine Ebene? Weil das ist ja hier tiefer, wo ich bin. Ja. Okay. Dann kannst du dir schon mal den Grundriss überlegen. Soll das Haus mehrstöckig werden, oder jetzt erstmal ein kleines, feines? Ähm, ja, jetzt machen wir erstmal eins. Also, ich mache jetzt hier... Mit Cobblestone? Ja. Ja, jetzt den Boden, oder? Nicht. Ja, okay. Du wohnen mit Cobblestone. Ich habe halt gerade keinen... Ah doch, ich habe eine Schaufel. Ich habe eine Schaufel. Da mache ich jetzt nochmal eine Schaufel. Oh, eine Brille. Hm, da hinten liegt noch verrottetes Fleisch. Das haben wir hier natürlich ein. Okay, äh, wie lange machst du es denn gerade? Ach, das wird so ein schmales Haus. Nee, ich mache es jetzt einfach. Ich fange jetzt mal an und dann schauen wir mal, wo wir sind. Warte, ich mache es nur noch eins weiter. Also zwei. Zum Glück, dass ich mir den Grundriss überlegen sollte. Ja, aber jetzt guck mal, wie dünn es sonst ist, das Haus. Ja, ich habe doch gesagt, dass es noch gar nicht fertig ist. Ich habe jetzt einfach mal angefangen. Okay. Okay. Dass wir hier besser runter und hoch kommen. Oh, Mann. Oh, Frau. Oh, ja. Mann, Frau, Minecraft. Ja, weißt du, du kannst auch gerne den Grundriss machen, aber dann sag auch, dass du es machst und nicht ich. Nein, schon okay. Alles gut. Alles gut. Mach Terraforming. Das bin ich eh schon gewohnt. Wenn ich mit dem QG oder mit der Helga gespielt habe, dann habe ich auch immer Terraforming machen dürfen. Und, äh, ja. Symmetrie, Papa. Ja, ja. Ich weiß. Liebe Grüße an euch. Ist okay. Jetzt sollen wir es da noch breiter machen. Boah, das wird ja ziemlich groß. Ja, jetzt wird es gerade wieder zu groß, oder wie? Oh. Nein, nein. Ist alles zu groß. Männer sind voll anstrengend. Darf ich hier ein Ding reinsetzen? Ja. Ich glaube, es ist, äh, es müsste noch eins wieder zu werden hier. Wo? Hier vorne. Ja, dann mach das. Dann ist nämlich nur... Nochmal eins breiter, oder nicht? Oder soll ich das zumachen, klar? Hm? Ähm, wo zumachen? Ja, in die Richtung noch eins breiter, oder so lassen. Ist halt voll länglich. Ja, aber ich würde so lassen, wieso nicht? Ist halt länglich, ist doch okay. Okay. Wir können ja auch hier vorne quasi nur so einen Unterstand machen. Weißt du, dass quasi die Hauswand erst hier auf der Höhe beginnt? Ja, dann machen wir. Dann warte ich jetzt hier mal so einen Glocken, hier. Ja. Und da vorne haben wir dann so ein bisschen eine Terrasse. Ja. Die können wir ruhig auch aus Stein haben, das ist okay. Ne, ich würde alles, ich würde den Fußboden auch aus Stein machen, nicht? Ja, dann können wir auch das wieder rausnehmen, dann haben wir hier die Terrasse auch noch hier so weiter. Oder ist das nicht okay? Ja, den Fußboden komplett aus Stein, doch, das ist okay. Ja, die Wände würde ich aufs Kreuz machen. Klasse, ich habe keinen Stein mehr.